Als du geboren wurdest, habe ich dir gesagt, das Leben sei sehr groß und unbekannt. Es gäbe Tiere und Städte und Musik. Du würdest dich verlieben, Leidenschaften entwickeln, Bedeutung finden. Aber jetzt haben wir 1979 und nichts ist mehr von Bedeutung. Und ich kenne dich jeden Tag weniger. Ich glaube, ihr beide könnt mir mit Jamie helfen. Wie wird man ein guter Mann? Was bedeutet das heutzutage? Braucht man nicht einen Mann, um einen Mann aus ihm zu machen? Nein, der Ansicht bin ich nicht. Ich glaube, du wirst ihm helfen können. Du fühlst dich schuldig, weil wir nur zu zweit sind. Du weißt nicht, was ich fühle. Männer glauben bei Frauen immer, dass sie irgendwas tun müssen, ansonsten fühlen sie sich nutzlos. Sei einfach nur da. Das scheint allen Männern irgendwie schwer zu fallen. Aber ich bin nicht alle Männer. Okay, ich bin nur ich. Tja, also, ja und nein. Ein Kind zu haben ist, glaube ich, das Allerschwerste. Egal, wie sehr man es liebt. Im Grunde ist man immer gearscht. Du bekommst ihn draußen in der Welt zu sehen als Mensch. Das werde ich niemals. Das ist mit dir. Es liegt immer alles an der Mutter. Okay, Herrgott. Ja. Also, mein Süßer, ich weiß nicht, ob wir unser Leben jemals auf die Reihe bekommen. Und die Menschen, die dir dabei helfen, sind vielleicht nicht die, von denen du es gedacht hast oder die du wolltest. Vielleicht sind es nur die Leute, die eben da sind. Jamie, ich will noch sagen, ich habe niemals Sex nur mit der Vagina. Du musst mit der ganzen Frau Sex haben. Das ist jetzt leicht am Thema vorbei.